Zur Ableitung stehen bei Cholestase verschiedene Zugangswege zur Verfügung. Im vorliegenden komplexen Fall war weder ERCP noch der Versuch einer PTCD-Anlage erfolgreich. Transgastrisch erfolgte daher die Einlage eines Metallstents, der zu einer raschen Entstauung der Gallenwege führte. Es stellt sich eine 65-jährige Patientin mit zunehmender Cholestase bei einem metastasierten Gallenblasenkarzinom vor. Sonografisch zeigt sich eine linkseitig betonte Cholestase mit Gangabbruch des DHC. Ein erster ERCP-Versuch zeigt endoskopisch eine makroskopisch unauffällige Papille. Die Gallenwege sind bei langstreckiger DHC-Stenose jedoch nicht zu sondieren. Nach Papilotomie entleert sich reichlich Blut transpapillär. Die Blutung ist selbstlimitierend. Zur Schaffung einer dringend notwendigen Gallenwegsentlastung wurde nun ein endosonografischer Zugangsweg gewählt. Zuvor war der Versuch einer PTCD-Anlage zu externen Cholangiotrainage bei erneut nicht sondierbarem DHC gescheitert. Endosonografisch gesteuert erfolgte eine transgastrische Punktion von Ast S2 mit einer 19a-Nadel. Eine Drahtsondierung zur transpapillären Ableitung ist erneut frustran. Es zeigt sich ein mit 8 mm dilatiertes Gangsystem mit Kontrastmittelstopp auf Hillushöhe. Daher wird nun mit dem Ringmesser ein stabilerer transgastrischer Trakt geschaffen, der abschließend stufenweise mit Bougies auf 10 mm Durchmesser ausgedehnt wird. Über den mit dem Ringmesser geschaffenen Zugang wird ein 6 cm langer und 6 mm im Durchmesser umfassender, vollgecoverter Metallstent eingebracht und freigesetzt. Es entleert sich direkt nach Freisetzung reichlich Gallenflüssigkeit über den Stent in den Magen. Die radiologische Kontrolle zeigt abschließend die korrekte transgastrische Lage des Metallstents. Klinisch wie laborchemisch profitierte die Patientin von dem Eingriff. Im Bild der Verlauf der Bilirubin-Werte vor und nach Gallenwegsentlastung.